Wer Polizisten, Retter und Feuerwehrleute im Dienst angreift, muss mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen. Das hat das Kabinett beschlossen, denn Angriffe auf Staatsdiener haben deutlich zugenommen. Schock für den FC Bayern. Philipp Lahm will dem Verein künftig weder als Spieler noch als Funktionär im Management zur Verfügung stehen. Mehr heute in ProSiebenNewsTime.